Ne, ernsthaft, jetzt alles unsichtbar. Geil! Erinnert sich das vielleicht gleich noch? Wenn sie sich bewegen, hoffe ich. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Survival Team Survival Games mit dem Marcel, dem Lovely Potato, den kennt vielleicht einige von euch noch. Und ja, uns gibt jetzt gerade so ein bisschen was zusammen, wir hatten eine kleinere, größere Pause auf YouTube. Ich bin jetzt aus Polen endlich zurück und habe mir die Dreistigkeit herbeigenommen, endlich ein Video zu machen. Oh Gott, ich habe zwei Cook-Chicken und uns verfolgt schon einer. Immerhin essen. Ja, warte. Immerhin essen. Nichts. Ist Sachwänner, Sachwänner. Ist schon einer auf der Rute? Ne, ist keiner hinter uns. Hast du irgendeine Waffe? Ich habe einen Bogen und Pfeiler. Hier ist ein Schwert drin, weil das gebe ich ja alles gleich, wenn wir in Sicherheit sind. Ja, behalte du ruhig erstmal das Schwert. Beschützung. Ja, ich hatte auch eine längere Pause, wie alle wissen. Okay. Was? Nein, ist uns gar nicht aufgefallen. Oh, da bin ich halt, wie nicht alle mitbekommen haben, ausgezogen. Kein Internet und dadurch macht sich YouTube relativ schwer, glaube ich. Ich habe mich jetzt hier einsperren lassen für einen Fall. Geil. Ah ne, kann man wieder raus. Sehr schön. Zug hat was gegessen. Ja, ich war hinter mir. Oh Gott, wo bist du? Ich komme, ich bin hinter dir. Da. Ich komme. Ich brauche die Waffe. Scheiße, da bändelt sich gerade voll das Team. Ohne Scheiße, ich brauche einfach eine verdammte Waffe. Ah fuck, er hat meinen Fall aufgesammelt. Der Schnorrer. Da hinten. Ja, ja, ja. Komm, komm, wir killen den. Ich mit meiner Faust und du mit deinem Schwert, okay? Okay, mit meinem Schwert. Der hat alles aufgemammelt. Oh Mann, das ist so scheiße, ey. Man kommt an so vielen Kisten vor, man findet einfach keine Waffe. Da ist er. Ja. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Er hatte hier, 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 hier. Ich bin komplett Iron. Ja, ich habe keine Schuhe. Ich droppe dir jetzt mal alles, was ich nicht mehr brauche. Okay, danke, danke. Nice. Die Hälfte meiner Pfeile hast du auch. Jetzt einmal damit anklicken. Ja, mit Rechtsklick. Mit Rechtsklick, er haut mich. Der nächste Spieler ist dann da. Alter, jetzt kann es richtig losgehen. Jetzt zerficken wir die Waffe. So, sechs Pfeile, okay, passt. Ich brauche nur noch deine gescheite Schuhe, dann bin ich eigentlich voll gut equipped. So, wo ist es? Warte kurz, ich will noch kurz mein Inventar sortieren. Braucht er mal ein bisschen länger. Siehst du, da ist er. Da ist er am Baum, am Baum. Jo, hab ihn. Er rennt weg, er rennt weg. Er rennt nicht weg, er mag uns. Er tut es gar nicht mehr mehr. Der ist einfach so. Ey, nicht abschließen, keine Pfeile verspenden hier. Ich habe es doch wieder eingesammelt. Ich booste dich. Bitte. Hast du einen? Ja, aber ich komme nicht hinter euch her. Ich muss gleich was essen. Danke. Das ist ein Pfeil. Ja, anders habe ich gerade keine Möglichkeit. Ja, ich esse jetzt was. Der muss auch immer was essen. Komm, wir verfolgen ihn so ein bisschen. Du bist ein Spisserverhunger. Ja, hinter uns ist niemand. Ah, er will in die Lava stürmen. Nein, er will oben auf den Berg, glaube ich. Da ist eine ganz gute Position. Da oben sind eigentlich auch immer wieder welche. Ich meine, sobald er an der Kiste geht, dann wird das eh nichts mehr fehlen. Hinter uns ist niemand. Komm schon. So, ab jetzt spiele ich so eine nervige Wartefahrstuhl. Fahrstuhl. Ich loote nebenbei noch ein paar Kitschen. Ich kann wirklich sehen. Ey, was ist, wenn jetzt hier einer auf mich zukommt? Jetzt. Oh, so ein. Ey, nicht mal den Kampf konnte er uns jetzt hier irgendwie. Hier, bitteschön, noch eine Angel. Ohne Witz. Ohne Witz. Ich habe selber eine Ahnung. Achso, ich dachte, wir angeln jetzt in der Lava. Funktioniert das eigentlich? Der nächste Spiel ist übrigens wahrscheinlich auf dem Berg. Keine Ahnung, ob hier überhaupt irgendwas Bescheid funktioniert. Das ist Minecraft. Ja, stimmt. Ich vergass, ich habe so lange kein Minecraft mehr gespielt, Mann. Ja. Oh, hier ist eine Kiste. Warte. Ja, das ist auch noch. Oh, hier ist ein Steinschwert drin, falls du ein Steinschwert brauchst. Ich habe auch schon zwei Steinschwerter. Oh, mach doch drei draus. Wie viel Essen hast du? Äh, Kartoffeln, also eine gebackene, Chicken und zwei Äpfel. Komm, wir klären doch mal den Berg hoch. Wir erklimmen den Berg. Jetzt wird der andere Spieler da ein bisschen hinten angezeigt. Oder der ist einfach auf der komplett anderen Seite. Ich werde aber ein bisschen weiter weg von der Lava gehen. Ich habe immer so paranoide Vorstellungen. Jetzt sehe ich dich wieder nicht, ey. Hä, ich bin hier oben rechts von dir, rechts von dir. Bist du da oben? Da oben ist ein Spieler. Ja, ich sehe ihn. Ich bin rechts von dir. Warte, ich habe eine Eisenbahn. Zwei sind da, zwei sind da. Oh, fuck. Und wir sind unten. Das ist ganz schön blöd. Wie viele Pfeile hast du? Keine. Die können uns so richtig scheiße runterangeln. Das ist gerade richtig blöd, was wir machen. Machen sie aber schon mal. Er hat mich, glaube ich, noch... Hä, er guckt mich gar nicht... Ah, er spüren wir eben. Egal, die sind schlechte Krippe. Ich habe ihn... Oh, ich bin schlank. Wow, fuck. Ich bin ziemlich wenig. Warte, zieh mich runter. Bleib mal kurz hier oben und versuchst du ein bisschen abzuschießen. Wo bist du? Da unten, Alter. Ich renne dem Typen hinterher. Der andere rennt gerade in die andere Richtung. Aber ich... Ja, ich bin unten. Ich laufe dem nicht weiter hinterher. Ich warte lieber auf den Typen. Die haben sich halt jetzt getrennt, ne? Der andere ist da jetzt in der komplett anderen Richtung. Du hast den Dingens... Du hast den Kompass. Das ist eigentlich ganz gut. Ach, du hast gar keinen? Ne. Aber ich vertraue dir einfach mal. Ich habe auch keinen zweiten. Ja, dann sollen wir den Kompass verfolgen? Ja, deswegen habe ich ihn laufe. Hier ist was zu essen und der Hose drin. Okay, perfekt. Ja, gut. Ja, Chicken bringt nicht viel. Da ist er, er kommt wieder zurück. Das Chicken ist echt scheiße. Er sucht seinen Mate. Da ist er. Aber die sind doch wahrscheinlich eh in Skype oder Team Sieg. Ja, er sagt, komm zurück, die sind weg. Nein, sind sie nicht. Danke. Ja. Ja, Mann. Scheiße, ich bin da... Nein. Oh, nein. Au. Nein. Das war doch Rass. Hinter dir ist Wasser. Hinter dir ist Wasser. Nein. Ist egal, hat aufgehört. Das war jetzt... Das war 100% nicht. Ich habe gerade Rechtsklick gemacht und die Angel braucht ein bisschen bei einer größeren Distanz. Scheiße, der killt uns doch weiter. Ach Quatsch, der kann nichts. Ach Quatsch, der kann sehr wohl was. Der ist voll gut. Leu, er ist stehen geblieben. Feuer. Das war eindeutig. Er ist stehen geblieben gewesen. Er wollte jetzt bestimmt was schreiben oder so. Er wollte was essen. Lass mich in Ruhe. Nein. Stopp. Jetzt aber. Wie du auf einmal einfach in deiner neuen Wohnung so rumschreist. Voll krass. Oh, hilf mir. Hilf mir. Wo, wo, wo bist du? Ich bin in der Dingens gefangen. Nee, ne, oh Gott. Er hatte noch Spinnbeben, Mann. Egal, komm, jetzt musst du es drehen. Wo bist du? Du bist tot, oder? Ja. Bin ich tot. Ach nee. Ich hatte kein Geschlecht. Ach ja, du heißt anders. Wie heißt du denn? Da bist du. Ja, komm. Er hat mich halt in die Dingens geschoben. Er ist hinter der Erde, er hat einen verzauberten Bogen. Oh mein Gott, nein. Ich ghoste nicht. Hör auf, hör auf zu ghosten. Das, oh, jetzt hör ich mich noch selber. Scheiße, Mann, ich hab kein, ich hab kein Essen. Ich hab kein Essen. Oh, fuck, es sind nur noch zwei andere. Scheiße, die Wandern, der verfolgt mich nicht mehr gut. Oh, jetzt auch noch vergiften. Ja, im Arsch, fick ich mich, ey. Oh, nee, nee. Oh, das ist, das wird kackt beim Badmatch, ey. Ich werde über WhatsApp eingerufen. Ich bin mal am Telefonieren. Ich bin gleich wieder da. Ich lass mich hier nicht allein. Marcel, Marcel, warum tust du mir das an? Ey, ohne Scheiß, ey. Kennt ihr das, Leute, wenn man in WhatsApp, in einem Chat ist oder so mit einer anderen Person und dann einfach aus Versehen auf diesen Anrufbutton kommt, ey. Das passiert mir jedes Mal bei irgendwelchen Leuten. Das ist so nervig. Oh Gott, ein Angler. Wow, Alter, das ist so ein krasser Hotkeer. Ohne Scheiß. Der war gut. Der war echt viel zu gut. Okay, dann danke für die Aufnahme. Tschüss, Marcel. Verpiss dich einfach und ja.